Hey und willkommen zu einer weiteren kleinen wunderbaren Runde Fortnite. Ja, es war relativ beliebt bei euch und deswegen wollte ich mich auch direkt einmal für 20 Abonnenten bedanken. Finde ich sehr nice und ich hoffe, das bleibt dann auch so, dass das immer schon mehr werden. Mein Gott, ich hasse das im Solo, wenn man einfach direkt neben jemanden landet, der dann einen direkt killt, weil man selbst unbewaffnet ist und der eine Waffe hat. Hoffentlich bekommen wir direkt eine Waffe. Hier ist kein. Ich habe das sanfte Gefühl, unter Beschuss zu stehen. Uh, und der nächste kill direkt, der erste für heute, der hatte mein neuesten Stuff dabei. Träten. Huch. Und da hinten direkt in das Haus. Ja, das sieht doch gut aus. Mal schauen, ob wir direkt einen kill machen. Ich habe das Gefühl, über uns ist jemand. Da war es. Wir spielen jetzt übrigens in dem neuen, in Anführungsstrichen, Spielmodus. Äh, finalbefecht heißt der. Das ist mit zwei zwanziger Teams, Fragezeichen. Ich bin bewaffnet, alles ist gut. Ich weiß jetzt nicht, wie toll, also ich habe den Spiel nur schon mal gespielt, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie spannend der jetzt hier für die Aufnahme ist. Direkt erst mal einen kleinen Ring genommen. Ich habe ja noch nicht so viele. Ich habe diese Karten immer noch nicht ganz verstanden, wie das läuft mit dem Rot und Blau und Lila, was das alles ist. Keine Ahnung, wieso, aber Rot ist für mich Gegner. Und da wir immer noch mal bis zum corporateham, was das alles ist. Oh, ja, der, Herrmalker. Du bist ein Gegner, oder? Stör! Hilfe! Erwarten jetzt! Ich belebe dich wieder, mate. Er schießt da auf mich. Erwecke zum Leben! Meins! Meins, meins, meins! Ah, Gegner! Meins! Meins! Okay, er ist tot! Eins! Meins! 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 Hallo, Freunde. Kann man den kaputt machen? Zerstören. So, jetzt warten wir, bis Leute kommen. Ich will auch noch einen Rückseinkauf fragen. Bist du das, Vidi? So, wo sind die jetzt? Ich helf dir! Nö, ich, das Auto! Das will ich kaputt machen. Ey! Ich brauch immer noch was zum Eilen. Ein Kühlstrang. Kann man den öffnen? Nö. Hat jemand irgendwie was zu heilen für mich? Bitte? Nein! Fuck! Kühlschrank. Ich knieze das. Bumm, bumm. Ey! Das finde ich jetzt mies von dir. Ha! Malz! Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass es gut ist, wenn man ja nebendrin ist. Und da ich so ein toller Baumeister bin, baue ich mich hier jetzt lang. Ich bin ein Baumeister. Der, 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 der. Ich glaube, ich verschwende meine Items. Äh, mein... Ach, keine Ahnung. Ich brauch mehr Holz. Und ich bin leicht tot. Und ich bin leicht tot. Gibt es ihr bitte irgendwo was zum entheilen? Oder zum sterben? Ja. Stromgewehr. Das ist gut. Hoffe ich. Na, na. Ist das nicht die Stadt, in der wir zu Anfang gelandet sind? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da was drin, was ich nicht will. Alles muss zerstört werden. Alles muss zerstört werden. Alles muss zerstört werden. Also, Verbände und sowas sind relativ selten, habe ich das Gefühl. Ich habe 25 Gusto und 19 Leben. Und wer ist da hinten? Schuss! 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 Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Huch! Ich sterbe! Nein! Nein! Alle dabei! Alle dabei! Alle dabei! Okay, einer ist tot. Was das Baron Ankleid hat, Fortnite aber auch sehr stark, Minecraft-Logik. Huch! Huch! Was bist du denn? Okay. Da drin war alles. Okay, das ist irgendwie klar. Nur keine Waffe. Ähm. Ja. Ein bisschen Holz noch. Ja. Zau. 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 Einmal bitte einen Waffe. Danke. Einmal bitte schöne Gegner zu mir töten. Ich finde. Ähm. Ja. Nein. Okay. Man kann auf Tannenbäumen stehen. Ist auch nice. Bestimmt ein Gegner. Ich glaube, alle, die kein so ein Ding oben dran haben, sind kein Gegner. Ich glaube, alle, die kein so ein Ding oben dran haben, sind kein Gegner. Ja, ja. Ja, ja. Medi-Pack, 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 der Verband, Medi-Pack ist das hier, so ein paar mehr Granaden, unsere Narben, ah, ich bin ein T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T, ich mach's mal so, hallo, braucht jemand Unterstützung, hallo, hallo Sir, Easy, hab's geschafft, Medi, was machst du denn? Böse So was geht Noch mehr Verbände! So die Runde habe ich viele Verbände, dabei will ich doch einfach nur ein paar Rüstungstränke jetzt erstmal Bisschen Mognition Bisschen Ich geh mal Tadam Bisschen Mognition Bisschen Mognition Bisschen Mognition Bisschen Mognition Bisschen Mognition Bisschen Mognition Wenn ihr da rumballert, dann werfe ich jetzt mal ein paar Granaten. Das war der Sinn des Lebens. Also wenn ihr irgendwo geballert wird, schmeißt einfach ein paar Granaten. Und Granatenschmeißen könnt ihr nie was falsch machen. Und alle Ressourcen rausballern, um dann einfach runterzufallen und zu sterben. Hoffe ich. Ich lande auf den Haaren. Ne, einer von denen hat schon eine Waffe. Nicht nicht. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch von der Fortnite-Runde. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao. 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 Ciao.